Und los. Hey Leute und herzlich willkommen zu der vierten Adventure-Map-Folge wieder mit dem Max und dem Musstier aber... Ihr habt nichts gesehen! Ja, naja. Ähm, dazu sag ich jetzt mal nichts. Auf jeden Fall, wir machen weiter. Wie sind wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Ich sag's dir, wie wir stehen geblieben sind. Warte, kommt mal her. Alle weg, alle weg von mir. Wir sind hier mit meinem Penis stehen geblieben. Oh, 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 oh. Ja, mit meinem Penis. So, komm. Ihr seht, der sieht aus wie die Nase von einem Dorfbewohner. Oh, mein großer Johannes. Der fängt von meinem Bauchnabel an und geht bis zu meinen Schuhen. Aber okay, jetzt lassen wir's auch mit der Scheiße. Also, wir waren stehen geblieben, als wir den Forest Relic gefunden haben und den müssen wir jetzt den Ben bringen. Ah, ja, dem Ben. Ben oder Den? Ben. Wayne, Ben, wie auch immer der heißt, Fen. Keine Ahnung. Ach, Fen. Ach, und dann müssen wir euch aber noch was komisches zeigen. Wo ist nochmal der Villager? Warte. Und Jake hat gesagt, er macht heute ne Facecam. Und hab ich gehört. Wer? Du? Ich. Schaut euch das mal an. Diese Tempa oder Tempo oder wie die auch heißt. Die ist hier unten. Ich weiß nicht, die war in dem Haus da drin. Das war die, die uns gegen Lime Fleisch gibt. Und jetzt steckt die hier unten fest. Nicht schlagen! Nein! Ich schlag sie. Nein! Die brauchen wir. Die brauchen wir echt noch wegen Fleisch. Das ist unsere einzige Fleischquelle. Okay, dann laufen wir aber auch zum Mystic Tower. Ne, ja, wir können theoretisch irgendwie, ne, okay, das können wir nicht. Also. Wir laufen jetzt zum Magical Tower. Entweder kommst du mit oder nicht. Ja. Ich will Mad. So. Ja, ach, Max. Der Max hat übrigens wieder ne normale Soundqualität. Merkt ihr bestimmt? Nein. Na, aber das merkt man doch kaum. Äöhööhhhh. Nicht tröpsen in der Aufnahme und auch nicht blähen! Die Bläden kannst du für deine Mutter aufhalten! Hahahaha 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 Ha 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 Also Ren. Ja auch so dummzuregen. So. Ich habe jetzt ein City of Blazing sun. Ich habe jetzt direkt zwei Bücher. Ich habe nämlich noch eins, das heißt Frozen Wastes. Okay. Und die lese ich jetzt beide mal schnell vor. Mit einer schönen Aufsicht hier, warte. So. Voll niemals eins. Also. Wow, ihr habt den Forest Relic. Gute Arbeit, Sohn, Junge, was auch immer. Tut mir leid, dass ich ein paar... Geh mal weiter vor. Ich komm nicht ran. Ja, komm jetzt mal ohne Scheiß hier. Ja, tut mir leid, dass ich ein paar Flash Eater töten musste, wie auch immer. Ähm, der Code zu meinem, ähm, ja, zu meinem Keller lautet 423. Ah, 423, ich weiß nicht. Ja, merkt's euch. 423, ihr nehmt ein Schwert und benutzt es, um... Schwert! ...die Melonen im Westen von Whitefall zu schneiden. Ja, aber welche... Woher kriegen wir das Schwert? Ja, unten, wenn ihr den Code eingibt. Welcher Code? 423. Warte, wie hieß der? 423. Und da steht noch, wenn ihr zum nächsten Relic gehen wollt, dann braucht... Ich hab's offen, ich hab's offen. Dann müsst ihr durch den Dunstone gehen. Und... Ja, hier sind Schwerte drin, ich bring' jeden. Ja, doch zu! Dann müsst ihr durch Dunstone gehen und, äh, der Weg wird euch dann zum Sunswap, äh, führen. Ich hoffe... Ich komm hoch! Ihr findet es... Ihr findet den Shrine, also den Shrine dort. Also diesen, diesen... Das war, wo wir halt letztes Mal waren, diesen Dungeon oder wie auch immer. Leute, wir haben Schwerte, wir können uns verteidigen. So, einmal hier, da musst du... I believe I can fly. Wusste, die kriegt das Schönere. Oh, naja. Ja. Hier, Jake, du musst das unten holen, hier. Okay, ich hab'n schönes Schreie. Schmeiß es in... Äh, auf das... Auf den blauen Block da unten, okay? Nein, sag, komm, schmeiß es ja. Und in dem zweiten, äh, wo ich den Kaktus gebracht hab, steht... Sehr gut gemacht, so, und ich bin, äh, überrascht. Warum sind wir eigentlich damals in dieses Loch in den Wald reingegangen, um was zu machen? Wir haben doch diesen, diesen, äh, Setzling gefunden, und den mussten wir eben bringen, damit wir jetzt eine neue Quest kriegen. Achso. Ja, und was, was haben wir jetzt gemacht, was, was müssen wir jetzt machen mit dem Schwert? Äh, die Melonen, die hier hinten sind, da war ich schon mal, kommt mit. Ja, die Melonen war durchschreiten. Aber ich hab' auch noch ein anderes Buch erhalten. Aber machen wir jetzt erst mal das, dann können wir das danach machen. Hm. Äh, lol, mit Schwertern kann man die kaputt machen. Ja, wir sind hier im Adventure-Mode, deshalb brauchen wir Schwerte, mit der Hand geht's nicht. Mit Schwertern kann man alles nehmen, und ich bin erster. Nicht kaputt machen, Young. Äh, Meri-Bunker, also. Emergency-Bunker. Ja, ich weiß schon. Hier sind wieder Schwerter. Oh, Essen, Essen. Oh, ich ist eine komplette Rüstung. Ja, auch nee. Für alle, eine Rüstung. Ja, hui. Was mit dem Fallschalter? Warte, wer braucht noch was, ich tue es mal wieder rein. Leute, es gibt unten auch noch was. Oh, Betten mit Kissen. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Ja. Betten mit Kissen, aber nix dann ab. Du schissst du bist. Komm, mach mal. Ich hab' ich übrigens noch Essen, kommt mit. Ich geb' euch jeden, jeden... Halt! Stopp! Nee, passt schon. Und hier ist noch was für Musti. Ah, das ist ne... Leute, ich hab' ne Karte. Echt? Ja, war mit. Wo bist du? Ich hab's dem Musti gegeben. So, äh, ich hab' ein Stack Brot, Musti, komm' her, krieg's was. Viel, äh, der Jake rennt einfach vor. Nee, der kriegt nix. Der kriegt nix. Was denn, Brot? Ja, nee, krieg's halt dann... Ich bin, ich bin die, äh, Essensversorgung. Ja, gut, ja. Ich hab' kein Brot mehr, hab' ich alles in Musti gegeben. Ja, ich hab' eigentlich eh genügend Essen. Ja, ich auch, also... Ich hab' zwei Stacks. Alle rauf, alle rauf, alle rauf, alle rauf. Dankeschön. So, also hier ist die Karte. Möchtest du die Karte auch mal deinen Zuschauern zeigen? Ja, ich. Ja, ich hab's auch schon gezeigt. Das ist ganz gut. Oh, hier ist der Ding. Uh, für sieben Dings bekommen wir einen Bogen. Uh, Leute, ihr habt... Echt? Für was, sieben Dings? Für sieben Light Blue Die. Das ist gut. Pfeiler brauchen wir halt dann noch. Und ihr habt jetzt ja nicht die Schwerter da hinten aus dem Ding rausgenommen. Sorry. Aus welchen? Ei, lol, hier kann man sich ein... Geil. Mit, ähm, drei hellblauen Farbstoffen kann man sich ein Pferd... Cool. Wir haben bis jetzt aber erst einen. Das wär' aber saustark. Ja, wie sollen... Wie sollen wir uns das denn alles bitte sehr holen? Wir kriegen ja nur voll wenig irgendwie. Ich wette, mit dir die Map ist ja auch eigentlich nur für eine Person, oder? Naja. Ja, da stand, man kann's bis zu fünf Leuten spielen. Wieso gibt's da mehrere Rüstungen in Leidenschaft? Neul, hier unten gibt's ein Goldschwert. Naja, bringt aber auch... Ja, die Schwerter waren sowieso immer alles fünf im Fünferpack. Ja, siehst du, das hat den Fünferpack. Da stand nämlich auch, dass man bis zu fünf Spieler spielen kann, aber... Nun gut. Ähm, war ich noch einer, wo wir lang müssen? Ich hab's verkehrt. Nee, weiß gar nicht, was wir machen müssen. Überhaupt hier. Was müssen wir jetzt machen? Wir mussten den Coach wissen, um in den Westen gelangt zu können. Die Schwerter und dann hier die Sachen aufmachen und dann... Und wir sollen, ähm... durch Dunstone. Dunstone, okay, müssen wir wieder durch den Wald. Denk ich auch, ja. Diesmal können wir uns wenigstens verteidigen. Ja, diesmal können wir uns... Aber richtig, Alter. Schlachten. Vor allem, jeder hat auch nur eine Rüstung und läuft bei uns. Läuft bei uns. Aber wir haben bis jetzt nur einen einzigen blauen Farbstoff. Wenn der... Ich glaub, ich weiß, wieso wir keinen mehr kriegen, wenn der andere Spaß nicht gestorben wär. Der... Der hier drin war. Der ist jetzt nicht mehr da. Der Villager. Deshalb würde ich sagen, wir dürfen uns einfach ein bisschen was cheaten, oder? Nee, was... Was musste man ihm geben, dass wir den... Ja, man konnte ihm Spider-Eye und Spider-Strings und so ein Zeug geben. Und der hat die halt immer blauen... Also Leibblut ein gegeben. Ey, was musste man ihm geben? Spinnenaugen und und hast du nicht gesehen so... Ja, Spinnenaugen können wir jetzt mal... Check, 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 check. Ja. Komm her. Team, 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 team. Okay, nach deinem... Dann bist du da lang. Team, team, team. Ach man, ich werde hier immer aufgegrenzt. Die Karte, ich einfach so. Ja, wir können die Spinnnetze, komm auch mal, da passiert nichts. Aber wir bekommen die ne Sprecher. Ah, da ist ne Spinne, da ist ne Spinne da hinten. Wo, ich möcht' die Schlachten. nein ich bin es aber friedlich ein herz für spinnen hallo jetzt habe ich schon 24.791 level ja ja ich kann mich nicht mehr hochlevel ich glaube das ist das höchste level ist gut doch bestimmt fix ist ist feierlich ist es hier dann ja ich schätze mal dann stamm wird dann die wüste sein doch ja dann stammt es wird der sorg jahre oder aber das ist ein pappel ich will ein plan heute die als ersten knopf drückt den knopf doch eigentlich was ganz gut ist wir müssen wieder so ein schrein finden so wie letztes mal ja so wo wir wieder reinkommen bestimmte quest zu erfüllen und hier sind zombie und hier muss man auch aufpassen ich habe mehr geld ich habe ich habe zwei light blue und fünf iron mit allen dürfen wir uns sachen kraften stand da aufpassen dass wir mal so was ist das hier ans gerät und ist da irgendwas drin hallo ja nein ich bin auf dem riesen penis auf dem riesen pinken penis nicht drauf alle von enttäuschen wo müssen wir zählen da ist noch ein tempel ja einfach wieder sowas wie letztes mal finden einfach und er hat sogar einen schöpfen an hier ist eine kiste ach wie lange nehmen wir eigentlich schon auf alter mega ich habe jetzt das sechs hellgrüne und drei noch noch mal drei eisenbahnen er muss die kommen wir nehmen warte ich sagte wir nehmen jetzt schon gerade 9 minuten und 48 auf und mein welcher mein fremd nicht es leckt bei mir gerade noch ein bisschen weil die welt noch aufgebaut wird und noch noch ein blauer also kannst jetzt ein pferd kaufen einer einer da gibt es glaube ich noch was aber wir warten dings eisen wir haben acht jungs ich glaube wir müssen hier dann guck mal hier ist der leiter ja wir schauen aber erstmal nach oben gibt es da was ja da haben wir schon was rausgeholt wir brauchen unseren stoff ja ich brauche auch so stoff stoff der musste hat heute in drogen genommen das kam letztens bei rtl weißt du so drogen sind so nicht gut und so ja das ist ja klar und dann meinte und dann haben sie nur leute befragt die drogen genommen haben dann kam so so voll der coole checker ja ich hab sieben jahre lang drogen genommen drogen sind voll geil da kann er wirklich und dann dachte ich mir auch nur ja ihr seid einfach nur spaßendet ihr skelett läuft bei dem skelett hoch haben wir noch ein uhr ich hab ich hab ne cd gefunden melo hi heißt die melo hi nicht melo die sondern melo hi ich spiele jetzt mal ok oh schöne musik sie sollen wie kein minecraft sound walzer wir tanzen in wiener walzer lol hier gibt es eine heli eine heli komm mal zu uns muss die ich werde ich werde gefragt au nein tippet mich ich sterbe oh diese beknackten scheiß blöden warte wieso ist herrlich nicht rauslaufen herrlich nein das war der bedeutende und der ist runter gefallen der ist ehrlich unter alter wieso machst du die tür auf sind die alle bescheuert ist der runtergefallen guck der ist hier so lang die haben speedtränke und ist dann hier runtergefallen high schelette ho 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 alter junge alz facebook schelette dein stimulgteretype ich find manchmal ihren fiel wir müssen viele tp nicht feilen aber ich bin ich bin von einem alter mann diese hari ist schon dumm gut da Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt mal ehrlich, die hätten wir voll gebraucht. Na scheiße, ich hab dich außer Sinn. Drunter teleportiert. Du bist ein Spaß. Ich bin Gott sei Dank nicht ganz unten. Boah, Mann, du Schwanzlutscher, stirb. Ja, krass. Ist der jetzt auch romantisch? Alter, da ist irgend so ein Viech. Will ich, der ist auch untergefallen. Der andere Villager. Der hat ja auch einen Namen. Die fliegen alle runter. Guck mal, was für... Schau mal, wo... Was für Spasten seid ihr? Wieso hat euch Gott erschaffen? Stirb. Ich warte, wir schaffen es nicht durchzuspielen. Ah, TP, TP, TP. Au. TP. Mach mal. Ja, wie oft denn noch? Ich hab's schon sechsmal gemacht oder zehn. Ja, ich fall halt mal runter, ne? Okay, gehen wir hier rein. Hier rein. Na ja, Freund, als ich euch das erste Mal tipiert hab, ich so eiskalt im Chat einfach halt die Runtertaste gedrückt, ne? Und das halt das Letzte, was ich geschrieben hab, kommt. Und dann, äh... Oh, Leute! Hier, ich... Ich nehm ne Quest an, okay? Oh, oh, oh. Soll ich euch mal was sagen? Für Eisen bekommen wir Lime Dye. Soll ich das tauschen? Ey, die sind scheißklein... Ich hab' ich einen kleinen Piecher, die haben so ein Ding. Ne, ich hab' keinen Stock. Aber für Eisen bekommen wir was. Musst du, ich hab' ne Quest angenommen. Ey, ne, und ich drück' so eiskalt im Chat runter und dann steht da mein Passwort. Nice. Naja. Wie hieß die Quest? Ja, ich... Bei der zweiten Folge ist mein Passwort auch dabei gewesen. Ich mach' eben Speed, aber ich tu' das verdecken. Wie hieß denn das Buch? Hieß das Sun Sweep Keep oder sowas? Hey, aber... Hallo, du musstest nicht verdecken. Was bringt es denen? Ja, das bringt denen nichts. Du hast... Du hast doch noch ein Neff. Warte, schauen wir uns mal an, was Neff zu sagen hat. Ne, das ist die Quest, die ich dir gegeben hab. Ah, das läuft von uns weg. Wir sind zu sterben, no? Yolo. Sterben oder was? Okay, ich lese jetzt vor. Max, das passt nicht aus. Hallo Reisende. Ich... Ihr sucht für den... äh... Ja, Wüstenschrein. Ähm, es ist im Osten auf dem... Was ist denn? Dunstone Cracks. Auf dem Hügel oder auf, ja, auf dem höchsten Punkt von Dunstone Cracks. Ach so, da drüben. Ja, leider... Ähm, ist der Weg ein bisschen, ja... Wie soll ich sagen? Einfach... Hintergefallen und, ähm... Ihr, ja, ihr... Sucht die Relikt, die nicht wahr, frägt uns dann. Und dann sagt der, ja, unser Dorf... Nein, ich falle runter, schnell, eine TP, schnell, 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 schnell. Unser Dorf... Näh, schnell. Warte, du bist auch rausgefallen, naja. Unser Dorf wurde von... Fallen wieder aus der Welt. Äh, wurde... Äh, unser Dorf wurde bei, ähm... Bei, also von, äh... Hallo, du kannst aufhören, wir fallen alle beide auch schneller auch immer auf der Welt. Ja, auch vor euch machen, gibt ja auch... OP-Rechte, gib mir OP, gib mir OP. Hallo, Jack, ich bin schon wieder, ähm, Ding, ja. Ja, dann tu mich mal hoch TP'n. Ne, warum machst du das nicht selber? Ja, kann ich ja nicht, wenn ich ständig sterbe. Also unser Dorf wurde... Ich glaube, mein Gott. ... fast von, äh, Riesen getötet, äh... Ja, zerstört, getötet, so sieht's aus. Bei riesigen, äh, fliegenden, ja, Monstern. Und ich glaube, ähm, die Menschen von Whitefall nennen sie Orsinn, äh... Ja, ich... Ich denke, dass Whitefall auch bald von ihnen angegriffen wird, und ich wette, die werden nicht aufhören, bis jeder tot ist, und ja, äh, nimm, ja, äh, sammelt die Relikte schnell. Ah, lol, Whitefall wird angegriffen, unsere Heimat, die, die uns gerettet haben, werden angegriffen, die Jungs. Das geht nicht. Das, die muss man retten, oder? Nein, ich fall schon wieder runter, schnell. Ja, du bist schlecht. Oh, Mann. Mach jetzt. Der fällt ja die ganze Zeit. Ich bin selber fast runtergefallen, mein Gott, ich bin auch selber runtergefallen. Ja, kannst du mir jetzt mal tippchen, danke. Ach, sollen darfst mit dem runterfallen. Jungs, sollte ich eigentlich das Eisen gegen, äh, okay, wir haben 18 Lime, da ihr das passt. Jetzt müssen wir auf den, auf der Top, auf der, weil ich schon fast die ganze Zeit, und dann fällt immer wieder der Check runter. Ja, weil das, das ist eine behinderte Stelle da hinten. Nein, das ist alles so einfach. Ja, aber Max, Max, du brauchst es nicht rausschneiden, weil, was, was wollen die mit dir ein Passwort auf meinem Surfer? Bringt den, komm, eh, nicht auf dein Ziel. Ich erzähle mich jetzt zu dir. Ja, so, komm mal jetzt. Ich seh nix. Kaffe. Ja, jetzt gehst du hier drauf, und dann da. Dann hier, und dann da. Hier war ich nämlich überall schon, das ist nicht so, so schwer. Ja, ich hab's auch geschafft, das ist ja volles Easy Jump and Run. Wow! Ah, Skelette, Skelette, nein, Skelette. Hier sind auch Zombies, Alter. Skelette, böse Skelette, stirb, Skelette. Oh, gut, Skelette tot. Musst du den Zombie auch, weil sonst hättet er mich einmal geschlagen, und dann wäre ich runtergefallen. Da waren's, ich hab zwei Skelette umgebracht, hier auch voll Action hier. Genau, wie will ich den Sprung schaffen? Oh, ich hab's geschafft. Erst wieder voll meckern, und dann auch, ich hab's geschafft. Scheiß, Alter, das ist ein scheißbehindertes, kacken, kacken, blödes Jump and Run. Nein! Soll ich mir das Skelette aufpassen, Junge, Skelette? Ja, ich bin eh als, äh, ich bin ganz hinten. Leute, wir müssen hier durchlaufen. Ha, ich hab voll die Abkürzung genommen. Ja, ach. Aber, jetzt müssen wir... Das wird immer... Alter. Und das wird jetzt lustig. Einer sollte immer hinten bleiben, nicht, dass wir alle... Ja, ja, ich bleib hinten. Okay, dich einnieter TP. Oh, mach halt nicht Slash TP all, Mann, ich war fast vorne. Du warst da vorne, Mann. Wieso falle ich immer von der Map? Was soll denn der Trick? Slash TP all, das nervt. Slash TP, ja, das war halt das Schnellste, was ich machen konnte. Mein Gott. Ganz ruhig. Sag Bescheid, wenn du TP-Command hast. Äh, Jake. So, jetzt bist du da, oder? Ja, ich bin da. Ja, du kannst es probieren, dann warte ich so. Okay. So. Na, wie soll man das schaffen? Das ist alles sau einfach. Ja, es geht. Ach so, jetzt muss man hier hinten runter und dann nochmal einen Jump'n'Run machen. Und jetzt hier, was soll ich hier machen? Um die Ecke. Na, super, mach das mal. Ja, das ist wirklich nicht schwer. Das dürfte nicht so schwer sein. Das ist wirklich nicht schwer, alles. Mach doch TP all zu Dings, zu, 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 Max. Nee, das will ich jetzt aber schaffen. Ja, stimmt, ich hab's geschafft. Ich hab's auch geschafft, ja, alles beim zweiten Mal, ich habe so was. Ich hab's aber nicht mal TP alles nervt, ja. Ach so, ich bin mir jetzt, aber ich hab's doch geschafft, Mann. Ja, ich hab's auch geschafft. Guck mal, ich bin voll auf Obst oder doch nicht. Hey, Obst oder auch mit? Ich bin voll der Cheetah, aber nee. Ich hab's lange jetzt schon hier dran stehen. Mann. Weil ich die ganze Zeit hier bin ich in der Punkte von. Ja, du auch, geh ich auch. Das sind wir auch nur grad, ja, wie das ist. Und das ist einfach die Stelle, ne? Ja, schon. Ach, wie lang nehmen wir eigentlich schon auf? Nicht so lang. Doch. Oh, meine Fall schon wieder von der Map. Nur wegen dir, weil ich nachschauen wollte, es 19 Minuten. Wow, okay, schnell ein Stopp, wir beenden hier. Ich hoffe, ich hab's gefallen lassen, da, like da. Und ja, schaut bei den anderen Kanälen von mal vorbei, dass ihr mal die andere Perspektive, wenn ihr sie sehen wollt, äh, seht. Und ja, dann würde ich sagen, hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.